Die Römer marschieren wieder. Entlang des obergermanisch-rätischen Limes, welcher von 120 bis ca. 260 n. Chr. die Grenze zwischen dem Imperium Romanum und den Stämmen Germaniens bildete, verläuft die Route vom Kastell Abusina bei Einig bis nach Rheinbrohl. In historischer Ausrüstung aus den ersten vier Jahrhunderten nach Christus werden wir diese Strecke in fünf Wochen entlang marschieren. Wenn Sie uns besuchen oder sogar begleiten möchten, finden Sie alle Informationen auf unserer Webseite.